Hi Freunde, willkommen retour. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem spannenden Party und den 30. Dezember. Und dementsprechend geht es jetzt los mit, ihr seht schon im Hintergrund, der Auswahlliste. Und zwar laufen jetzt natürlich einige Verträge aus bei uns, aber auch bei der KI. Und dementsprechend können wir jetzt schon Vertragsangebote abgeben, um Spieler im Sommer zu verpflichten. Das könnte natürlich sehr interessant sein, um unseren Kader ablösefrei zu verstärken. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Gehen wir vielleicht mal kurz auf unser Budget vorher noch. Und zwar sehen wir hier, dass wir circa, ja, also Transferbudget ist ganz ordentlich mit 1,8 Millionen. Sorry, ich muss nur die Kabel hier wegtun. Mit 1,8, aber Gehaltsbudget nur 168.000. Ich persönlich würde jetzt mal ein bisschen verschieben. Wir brauchen, ich würde sagen, wir brauchen vielleicht 700.000, 800.000. Das sieht so schon mal nicht so schlecht aus. Damit wir da vielleicht jemanden holen können. Jetzt ist nur die Frage, bei wem von uns läuft eigentlich der Vertrag aus? Hier bei ihm. Bei Yasin Bouyama, den wir um jeden Preis verkaufen wollen. Dann haben wir den so. Auch der macht nicht wirklich Sinn. Da gehen wir gleich mal auf freigeben, weil der ist sowieso gerade verliehen. Und dann würde ich sagen, die könnten den sonst auch gerne haben. Dann haben wir Pascal, der ist auch verliehen. Ob wir den auch noch abgeben können, auch da werden wir freigeben gehen. Dann haben wir Alexandre Fernandez. Super Zielstrebigkeit. Hat aber nicht viel Potenzial, sagen unsere Scouts oder Mitarbeiter. Mit der Zielstrebigkeit gebe ich ein junges Talent eigentlich ungern her. Aber ich glaube, dass das keinen Sinn macht. Und dann geben wir den noch her. Er hat ein paar richtig gute Ansätze rein. Technisch Ballannahme, Dribbling, Passen. Aber der Rest ist halt absolut unnötig. Leider. Da würde ich auch sagen, dass wir bei dem einstellen, dass wir ihn freigeben. Das Gehalt zählt dann auch nicht mehr dazu, steht da. Das ist auch nicht so schlecht. Sicherlich kein Nachteil. So. Gut. Wie schaut es sonst aus? Mitarbeiterverträge laufen aus. Unter anderem von unserem Co-Trainer Dennis Sanko. Der ist sehr gut, muss man sagen. Also den könnte man eigentlich schon holen. Ich meine, die Co-Trainer-Fähigkeiten, Führungsqualitäten sind sensationell. Das hier eigentlich weniger. Aber 176.000 verdient er aktuell. Der hätte gerne mehr. Also die ganzen Sachen kriegt er nicht. Dafür kriegt er das Gehalt. Dann haben wir unseren Torwart-Trainer Josep Trabal. Ein Spanier. Relativ gute Fähigkeiten. Aber ich glaube, das geht besser. Oder? Ich glaube fast. Ich warte noch ab. Und Ryo Mavuba. Generell ein sehr, sehr cooler Spieler gewesen. An den kann ich mich noch gut erinnern. War der aber lange bei Bordeaux. Ziemlich cool. Ich kenne ihn eigentlich eher aus der Lille-Zeit. Ist um 19 Co-Trainer. Ja. Von den Fähigkeiten her, muss man ganz ehrlich sagen, gibt es Besseres. Also werde ich den jetzt momentan auch nicht verlängern. Jugendverträge. Da sehen wir hier noch zwei mit Potenzial. Bajoa. Ein Torhüter. Den werden wir mal verlängern. 50.000. Das ist auch okay nach 10 Spielen. 80.000. Aber das streichen wir raus. Das passt. Und dann haben wir den hier noch. Nenkula. Rechts im Mittelfeld. Auch eigentlich ein ganz brauchbares Talent. Der würde auch als Nachwuchsspieler verlängern. Gehen wir auf drei Jahre und das streichen wir wieder raus. Passt auch. So und beim Rest sage ich ganz ehrlich, also von den Sternen her macht das glaube ich mit den anderen keinen Sinn. Dementsprechend werden wir die hier, ups, die hier freigeben. Genau. So ist da jetzt was passiert. Ne. Ist noch immer das gleiche Gehalt. So dann schauen wir jetzt mal auf unsere Auswahlliste. Die war eh hier irgendwo in den E-Mails. Das sind jetzt die Spieler, bei denen der Vertrag ausläuft. Von den Fähigkeiten her. Der stärkste ist Budawi. Den kennen wir noch aus unserer Zeit bei Nizza. Da ist er aktuell auch noch. Problem ist, dass der unfassbar, dass der unfassbar teuer ist. Der wäre sensationell. Aber er ist nicht interessiert. Er möchte seine Optionen sowieso offen halten. Dementsprechend können wir da jetzt sowieso nichts machen. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir aufs Potenzial. Wer wäre da noch interessant? Da haben wir unter anderem Facundo Gonzalez, Innenverteidiger aus Uruguay. Der wäre richtig spannend. Da ist Sporting Lissabon interessiert. Wir reden mal mit dem Berater. Zwischen 120.000 und 160.000. Spieler verleihen. Gehalt wird deutlich erhöht. Ja. Ich würde sagen, das können wir mal machen. Dann bieten wir da an. Ich streiche das mit Leihverein mal raus. Ich würde den ehrlich gesagt ganz gerne bei uns behalten. Und dann ist halt die Frage. Also wenn da ein anderer Verein auch noch einsteigt und bei der Klasse, ehrlich gesagt, gehe ich davon aus, dass da noch andere Klubs einsteigen, würde ich hier gar nicht zu viel verhandeln. Ich würde hier vielleicht das runter tun noch ein bisschen und das war's. Und vielleicht noch auf drei Jahre gehen. Aber beim Rest würde ich jetzt echt nicht zu viel tun. Nach 20 spielen kann der ruhig 300.000 verdienen. Aber das ist einfach ein Megatalent. Facundo Gonzalez. Der könnte uns halt richtig viel Freude bereiten. Dann haben wir noch Mohamed Aminu aus Nigeria. Nächstes Top-Talent. Wir brauchen im Endeffekt auch sogar jemanden im zentralen Mittelfeld. Reden wir da auch kurz mit dem Berater. Der möchte sich seine Optionen offen halten. Dementsprechend können wir da nichts machen. So. Den haben wir auch noch gesehen. Kai Kirocha. Also die beiden in der Innenverteidigung, Rocha und der Gonzalez, da hätten wir eine sensationelle südamerikanische Innenverteidigung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der verdient jetzt schon 300. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir den nicht kriegen werden. Talent vor du... Boah. Schaut euch das Gehalt hier an. Okay. Ich streiche mal das hier raus. Ich streiche mal das hier raus. Und wir gehen hier runter. Und hier auf drei Jahre. Drei Jahre mindestens, damit wir ihn dann auch gut verkaufen könnten. Hier 50 ab sofort. Gehen wir auf 637. Aber ganz ehrlich, musst halt auch holen. Wenn du den ablösefrei kriegst. Der hat noch richtig viel Potenzial. Markus Darmannitsch haben wir auch gesehen. Auch der wäre sensationell. Der verdient aktuell nur 7.000. 70. Okay. zwischen 50.000 und 76.000 im Jahr. Das ist ehrlich gesagt nicht viel für diese Klasse. 20-jähriger Neuseeländer. Ich würde es einfach mal probieren. Dafür streichen wir das raus. Das raus. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir da jetzt nicht komplett übertreiben und eskalieren. Aber im Endeffekt steht unser Kader ja. Wir brauchen hauptsächlich Talente für die Zukunft. Ich meine, wir haben genug Talente, aber wir können uns durchaus noch ein Jahr gönnen in der zweiten Liga, wo wir diese Spiele dann so richtig aufbauen. Dementsprechend bin ich da echt nicht abgeneckt, wenn wir da einfach unser Geld ausgeben, um hier Talente zu holen. Er, William Goebbels, wäre zum Beispiel einer. Könnt ihr mir bitte sagen, wie man den richtig ausspricht? Ich möchte nicht Goebbels sagen. Also, der wäre auf jeden Fall cool. Verdient 1,31. Zwischen 800 und 1,17. Das ist leider zu hoch. Zwischen 7,30 und 1,5. Nee. Also, so talentiert der auch ist, aber das werden wir nicht ausgeben können. Dann gibt es hier noch den Oli McBurney. Der hat auch so ein Riesengehalt. Da haben wir Marco Piazza. Der verdient 2,77. Schlüsselspieler, Aufstieg anpeilen, ist auch okay. 3 Millionen hätte er gern. Gut. Das heißt, diese Stürmerproblematik, die haben wir nach wie vor. Denn wir könnten jetzt natürlich hier noch, vielleicht den, Brian, 4, Bema. Nee. Der ist auch recht stark. Vielleicht eher rechts außen oder sowas, aber irgendwas er gerne hätte. Ja, das wird zu viel sein zwischen 400.000 und 500.000. Ah ja, Christian Marquez, den gibt es auch noch. Das wäre der dritte Innenverteidiger. Ich kann halt nicht nur Innenverteidiger holen, aber andererseits, wenn die so gut sind. Geliehen von den Wolves. Zwischen 130.000 und 180.000 ist auch nicht viel. Ich eskaliere gerade ein bisschen, aber ich bin ja mit unserer Verteidigung nicht so ganz zufrieden. Also schauen wir mal. So. Ich gehe jetzt noch einmal. Ich gebe ihm derzeit einfach mehr. Ich gehe sowieso davon aus, dass da nicht alle kommen werden, um ganz ehrlich zu sein. Falls doch, gibt es auch Schlimmeres. Es gibt halt hier auch noch so Megatalente für die Offensive. Aber in der Offensive haben wir eigentlich eh schon ganz gute. Der würde mich ja auch reizen. Insgesamt ein ganz solider Spieler. Auch er wäre ganz interessant. Maiga. Einfach einer für die Breite. Würden der Kosten. Er möchte sich eh die Optionen offen halten. Gut. Das heißt also, wir haben dieses Stürmerproblem noch nicht gelöst, aber wir hätten vielleicht ein paar Megatalente geholt. Werden wir sehen. Wichtiger wäre auf jeden Fall, dass wir Baji vielleicht noch bekommen. Ich muss jetzt hier mal, ich streiche mir da jetzt mal alles mögliche raus, zwischen 275.000 und 2,8. die hätten gerne den Torhüter hier als Austausch. Von mir aus voll gern. Aber das ist halt alles viel zu viel. Also ganz ehrlich, das werde ich für ihn nicht bezahlen können. Und auch, ich will es auch gar nicht, sage ich ganz ehrlich. Also das Angebot für Baji werden wir zurückziehen. Da werden wir uns eher noch darauf konzentrieren, dass wir vielleicht den einen oder anderen Stürmer noch für den Sommer bekommen, der ablösefrei ist. Der vielleicht ein bisschen leistbarer ist als Marco Piazza. Modest. Ja, 5 Millionen. Ach Gott, wie geil ist denn das? Was sagt denn der Berater? Zwischen 2,7 und 4 Millionen. Also, ist ja lustig. So, wir haben hier einen Schweizer von Selford City. Laurent Tolai. Laurent Tolai wahrscheinlich. Salomon Rondon. Dann haben wir hier Colidio. Den kenne ich auch noch aus meinem Inter-Mailan-Safe. So ist es ja. Also, der wäre eigentlich ein ganz guter Mittelstürmer, wenn er mit der Sprunghöhe noch ein bisschen körperlich quasi zulegt. 22 Jahre alt. Verdient halt jetzt auch schon wieder zu viel. Zwischen 1,6 und 2,3. Jetzt sind wir bei 1,4 und 2. Aber das ist trotzdem. Das ist leider zu viel. Würde mich aber sehr reizen. Ist der auf der Auswahl? Ist der ja. So. Sivas. Boah, ein Nigerianer. Okay, der ist 30. Jetzt sollte man das Alter ein bisschen einschränken. Okay, so krass. 30. Der ist einfach mal drei Jahre jünger als ich und ich will ihn nicht mehr, weil er so alt ist. Also, da oben ist das Alter. Ich denke mal gerade, warum finde ich es nicht? Gehen wir mal auf 28. Dann hat so ein Stürmer, wenn er fit genug ist, noch ein paar gute Jahre. Bullgrab von Sandhausen. Hätte auf jeden Fall gerne jemanden, der körperlich auch stark ist, gerade als Solospitze. ist mit Bonatini, dem Brasilianer von den Wolfs. Zwei Millionen Gehalt. Da haben wir hier, also das ist Goebbels, dann schwierig. Julis, Lukas Julis. kann man sich auch noch mal genauer anschauen. Daniel Maderna. Jakob Johansson, den kennen wir auch noch aus unserem Dänemark-Safe. Erstaunlich schwache Fähigkeiten. Oli McBurnie haben wir da. Luka Tordovic, ein Montenegriner bei Sochi unter Vertrag. Kann man mal anschauen. So, da haben wir einen Brasilianer, D. Irgendwie hat mich da nichts vom Hocker. Anel Jakubovic, der Österreicher. Schwierig, richtig schwierig. Haben wir den Tola gescoutet? Ja. Ah ja, Timo Bornemann haben auch schon gescoutet. Da haben wir halt das Problem mit den technischen Fähigkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ein Abschluss von 10, ich meine, das hat jetzt nicht immer was zu sagen, aber sehe ich trotzdem irgendwie ungern. Der wäre interessant. Der Ivorayaku Maite. Den möchte ich auf jeden Fall scouten und auf die Auswahlliste packen die nächsten paar Monate. Den werden wir auch mit der hoher Scout Priorität versehen, weil der könnte richtig gut sein. Gut, wir scouten jetzt gerade eh nicht viel, aber wird auf jeden Fall jetzt priorisiert. Jetzt geht das ganze Laggen wieder los. Gehaltsbeteiligung, der verdient jetzt 25 und ich soll 21 Beteiligungen bis zum Sommer geben. Andererseits ist halt sonst auch nichts interessiert. Sparen wir uns 4000. Und jemand anders bekommt die Spielzeit, das ist ja vielleicht eher wichtiger. Weltfußballer Erling Haaland glaube ich echt nur eine Frage der Zeit. Kanoté für ein Spiel gesperrt. Für das Einsteigen im letzten Spiel heftig. So, Leverkusen ist an Starmanage dran und wir haben auch angeboten. Sporting Lissabon bietet Facundo Gonzales einen Vertrag an. Da werde ich jetzt ehrlich gesagt nachbessern, weil ich finde den so spannend. dass der jetzt einen ordentlichen Deal kriegt bei mir. Und der kriegt auch noch eine Prämie. Da machen wir ohne Gegentor eine ordentliche reellige Gehaltssteigerung 15%. Hier 30. Wie gesagt, der soll wirklich einen Top-Vertrag kriegen, weil die Fähigkeiten den musst du kriegen. Baci Spieler des Jahres, dem gratulieren wir natürlich. Bei Colidio gehen sie jetzt schon ein bisschen runter, aber ich kann momentan noch nicht mitbieten. Modest, will der Berater nochmal mit mir reden, nein. Brian Fierbema, das wäre so eine Notlösung für die Stürmerposition. Aber der hat halt nicht die Klasse eines Aljubadji, muss man ganz ehrlich sagen. Goebbels ist bei 700 bis einer Million, wäre er wahrscheinlich wert, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben es wahrscheinlich auch, wieder mal an. Vielleicht können wir eh noch, schaut mal, ist halt einfach mal alles rot. Das wird leider nicht funktionieren. Dadurch, dass wir halt auch einige andere Angebote jetzt abgegeben haben, da müssen wir jetzt erst mal schauen. Ich sage mal, wenn wir den Uruguayaner und den brasilianischen Verteidiger kriegen würden, was jetzt nicht sein wird, bei Sporting dran ist. Aber wenn das der Fall wäre, dann würde ich ehrlich gesagt den anderen, den Schweizer Innenverteidiger abbrechen, glaube ich. So. Sporting Charlois ist an Maia interessiert, wollen 1,9 bieten. Der hätte natürlich auch das Potenzial, um ihn dann als Stürmer zu befördern. vielleicht sollte man einfach auf ihn setzen, warum eigentlich nicht. Ich meine, diese Sprunghöhe, das ist halt so eine Geschichte, die mich ein bisschen stört, schnell ist er auch nicht. Aber, ja, schauen wir mal, also wenn das Angebot passt, könnte ich mir das auch durchaus vorstellen. So, die können wir, schicken wir jetzt alle auf Sprachkurse. Markus Bündgaard ist da, als dritter Torhüter. Momentan bei Bordeaux 2, aber ich schiebe ihn in die erste. Und werde ihn aber auch auf die Leihliste setzen, denke ich mal. Ne. Also ne, passt ihr, er ist nicht unzufrieden, wenn ich das mache. Haben wir gerade gedacht, das wäre blöd, sonst passt. So, jetzt haben wir ihn hier, Barani, den ich eben rechts außen sehe, im Moment. Der muss rechts außen trainieren. Training übernehme ich. Und er soll Flanken lernen. Flankenwert von 8 ist schon relativ schwach, aber ist trotzdem ein ganz interessanter Spieler. Und dann haben wir den Bubu Conte noch geholt, der ein ganz gutes Talent ist, den würde ich ganz gerne gleich mal verleihen, um ehrlich zu sein. 107.000. So ein recht vieler ähnlich. So, begrüßen werden wir sie noch schnell. Hallo. Hallo. Bonjour. Gut. So. Was gibt es noch für E-Mails hier? Schlechteste Offensivbilanz, Clement Depré. Also das wird nicht unser neuer Stürmer. Schlechteste Offensivmannschaft, auch Rodez. So, das sind die Termine jetzt. Wir sind gerade hier. Das ist in einer Woche Dijon, da haben wir hier schon wieder eine englische Woche. Royal Antwerpen mit einem Angebot für Piringel. Grundsätzlich gar nicht so schlecht. 400.000 und 20% Gewinnbeteiligung. Werde ich natürlich trotzdem ablehnen, weil ich den nicht verkaufen möchte. Die Wolves sind an Christian Marquess dran, dem Schweizer. Da werde ich jetzt aber nicht nachziehen, weil die anderen wären mir ehrlich gesagt wichtiger. So, Bernou oder Bernü. Fast. Kriegen wir da noch eine Beteiligung am Weiterverkauf rein? Ne, okay, dann darf er so gehen. Louis-Jean verbessert sich, Spieler des Monats Elis. Roman Jotti, den kennen wir auch schon und ihm hier. Mohamed Kaba kann man sich auch mal anschauen. Ich gebe ihn ungern ab, Maier, sagen wir in der Presse und in welcher Position suchen wir noch Verstärkung? Zentrales Mittelfeld. So, was wir jetzt auch noch schauen können, was ich noch ganz vergessen habe, ist, dass natürlich auch Verträge schon ausgelaufen sind. Das sind die Verträge aus Südamerika, das sind die Verträge aus Asien, glaube ich auch, aus Skandinavien, das sind halt so Jahresverträge. Da haben wir hier 16 Spieler, die eine okaye Weltreputation haben, unter anderem auch Wendell, auch Wendell, das ist nicht so gut, so gehen wir mal nach Alter. Ulrich Bappo, dürfte jetzt nicht stark genug sein, der ist, glaube ich, noch vom Sommer vereinslos. Majoral, nicht so gut. So, Jerome Sinclair, den habe ich schon mal wo gehabt, ich glaube, in einem Schottland-Safe, auch nicht so wirklich der Burner. So, 27-jähriger Johannesson, Damianen, Georgier, Jernik Pohl, hat zumindest sensationelle mentale Fähigkeiten. Ich lade ihn mal zum Probetraining ein, aber der Rest ist nicht so der Wahnsinn. Gehen wir lieber auf die auslaufenden Verträge wieder, streichen die Weltreputation. Ja, wer weiß, wenn wir im Sommer aufsteigen sollten, was ja theoretisch noch immer passieren kann, dann wollen natürlich auch ganz andere Spieler zu uns kommen und dann haben wir auch ein ganz anderes Budget, also wenn wir bis zum Sommer jetzt niemanden fix verpflichten als Bagi-Nachfolger, kann ich auch damit leben. Ich befürchte, wir werden keinen von den drei Innenverteidigern bekommen, weil die Konkurrenz einfach so groß ist. Aber gut. Da sind wir gut unterwegs, Jobsicherheit 2, die Fans nicht ganz so zufrieden, da sind wir auf der 3. Intern läuft alles gut, da werden uns jetzt gerade Spieler empfohlen, die wohl allesamt zu teuer sind. Miguel Rodriguez, ganz interessanter Stürmer, kann man mal auf die Auswahlliste packen, Trilli, Rechtsverteidiger, ist auch nicht schlecht, Rafael Brito, aber bei den Marktwerten ist es halt schwierig, der gefällt mir richtig gut, Costinia. Gut, das Interesse ist brutal, den kann man dann, glaube ich, bald mal wieder von der Auswahlliste streichen. So. Die leihen sich Dumbia, keine Angebote für Conté, wir bekommen wieder Angebote für Bernü. So. Der wechselt jetzt. Kai Kerocher wechselt zu Sampdore für 420.000, das heißt, der erste ist mal weg, den streichen wir von der Auswahlliste. Jetzt ist die Frage, ob wir bei diesem Schweizer Innenverteidiger vielleicht auch noch nach, Christian Marquez, auch noch nachjustieren sollen. Wer ist da jetzt interessiert? Die Wolves, oder? Boah. Einige. Er hat einen Vertrag bei den Wolves und die haben ihm gerade eine Verlängerung angeboten, so ist es. Ich biete ihm hier ein bisschen mehr Gehalt gleich von Beginn weg an. Mal schauen, ob ihm das irgendwie hilft bei der Entscheidung. Die Pouizor leidet Krankheit, eine Erkältung. Zwei bis drei Tage schicke ich ihn lieber nach Hause. Geht sich dann sowieso aus bis zum nächsten Spiel theoretisch, dass er mir dann niemanden ansteckt. So. Wird wieder die Marktwerte an, brauchen wir gar nicht genauer weiterschauen. Da haben wir mal Tee. Ja, da finde ich, an dem finde ich vor allem auch diese körperlichen und mentalen Werte sensationell und zusätzlich hat er einen guten Abschluss, hat er eine super Kopfballtechnik. Das ist ein richtig wuchtiger Stürmer. Ich befürchte, dass der zu teuer ist. Er möchte sich die Optionen bis kurz vor Ende offen halten. Ja, schade. So, Joker-Transferfenster ist geschlossen. Ich bin gespannt. Irgendwie hat es so Actionreich begonnen, dieser Party mit diesen ganzen Vertragsangeboten und jetzt kriegen wir nichts rein. So, der hat sich jetzt auch erkältet. Der ist das Depot so ein bisschen zu nahe gekommen, so wie es aussieht. den dürfen wir auch nicht vergessen. Der wird dann ja im nächsten Jahr zurück oder zurückkommen dann im Sommer. Ah ja, und David Haschwili wollte ich die Laie jetzt beenden. Wir zahlen zwar nur 71.000 Gehalt, aber wenn wir ihn nicht brauchen, dann sind auch die 71.000 zu viel. So, wir haben hier ein 17-jähriges Top-Talent aus Belgien. Burley oder Burley oder Burley. So, Montpellier ist an 4 Bema dran. 19 Jahre erst. Vielleicht sollte man auch einsteigen. Okay, das ist brutal. Nach 15 Spielen 800.000 Brian 4 Bema. Ah, dem wird echt was nachgesagt hier. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe es mal abgegeben. Schadet nicht. Die sind jetzt auch Profis. Der Denko verdient Einberufung. 4 Bema vor Transfer zu Giraudet in Bordeaux. Da bin ich mal gespannt. So, da sind jetzt einige an Viktor Jensen dran. Wieso ist denn der so billig? Ich meine, das ist halt auch wieder so reiner Zehner-Typ. Defensiv zu schwach für die Acht, körperlich zu schwach für den Flügel oder für den Sturm. Das ist ein klassischer Zehner. Lucas Zidane verlangt Transfer. Ja. Könnte man als Ersatzkeeper nehmen, aber mehr halt auch nicht. Yes, Christian Marquez wechselt zu uns. Das ist zumindest mal der erste richtig Gute. Der hat nämlich auch ordentlich Potenzial. Jetzt müssen wir nur überlegen. Wir haben mit Junior Mwanga und mit Bockele zwei Spieler auf seiner Position. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, den Uruguayaner und den Brasilianer hätte ich über die beiden gestellt. Den ehrlich gesagt jetzt nicht. Den vergleichen wir jetzt mal direkt mit dem 19-jährigen Junior Mwanga. Und da sehen wir ja, bis auf physische Stärke ist eigentlich eher besser Christian Marquez. Vergleichen wir ihn noch mit Bockele. Da ist überall Bockele besser, der ist aber auch drei Jahre älter. Bei Bockele das Problem, schauen wir mal so rüber. Eigentlich, wenn wir da wen ablösefrei holen, da muss das ein richtiger Kracher sein. Ich glaube, Christian Marquez ist es nicht. Also die anderen beiden wären cool gewesen. Ich lehne da ab. Theoretisch sind wir an ihm noch dran. Aber da ist auch Sporting Lissabon dran. Es wäre natürlich zu genial, wenn der zu uns kommt. Goebbels hat verlängert, neuer Drei-Jahres-Vertrag bei Monaco. Also der fällt weg. Gonzales zu Sporting Lissabon. Und das Freche ist für 49.000 Gehalt. Wir haben dem ordentlich viel gezahlt. Also 164, okay, 49 hat er jetzt. Gut, das heißt, den müssen wir auch streichen. Ist natürlich total logisch. Also ich finde, dass der zu Sporting geht, passt gut. Sporting ist ein super Sprungbrett für Südamerikaner. Druck nicht ganz so groß wie bei Valencia. Also absolut verständlich, alles in Ordnung. Aber schade ist es auf allemal. Loren Tollai, 21-jähriger Schweizer. Elf Tore in der Liga, allerdings bei Salesforce City. 1,86 groß, körperlich bringt er einiges mit. Das ist sehr wuchtig. Können wir mal auf die Auswahlliste packen. Bin noch nicht ganz überzeugt. Vor allem hätte ich halt gerne einen Stürmer, der sofort einschlägt. Lukas Julis. So einer wäre es halt dann eher, sage ich ganz ehrlich, weil wir haben so viele junge Talente. Ich packe ihn mal auf die Auswahlliste. Dora De Vitsch. Schaut noch immer gut aus von den Werten her. So, Sissoko trainiert gut, ebenso wie Louis-Jean und Bagua. So, jetzt haben wir keinen einzigen bekommen. Markus Staminich und 4 Bema sind wir noch dran und bei denen bin ich immer unsicher, ob wir sie brauchen. Also Staminich würde noch eher passen, aber ist da nicht Leverkusen dran? Ja, gut. Den werden wir dann auch nicht bekommen. Würde ich aber nehmen, wenn wir ihn kriegen. Übrigens glaube ich, Staminich wechselt zu uns? Nein. Für 75.000, schaut euch diese Werte an. Wir haben uns gerade gegen Leverkusen durchgesetzt. Wie geil ist denn das bitte? Akzeptieren. Muss ich nur schauen, ob wir den per sofort auch kriegen würden, weil wir brauchen oder könnten durchaus noch einen für das zentrale Mittelfeld vertragen. Wie genial ist denn das? Das ist ein richtiges Schnäppchen. Markus Staminich. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Achso. Der ist aktuell verliehen. Okay, dann kriege ich ihn gar nicht früher. Aber mit dem werden wir glaube ich viel Freude haben. Schöne Geschichte. So. Ich möchte aber trotzdem noch mal kurz auf die Auswahlliste schauen. Und auf da stellen wir auch mal einen Vertragsstatus auslaufend. Weil ich glaube ehrlich gesagt, dass das, was wir in der E-Mail gesehen haben, nicht alles war. Oder doch? Schade. Gehaltsbudget von 700.000 hätten wir noch. Wie viel wollte er? Collidio? Okay, der wollte 1,4 bis 2 Millionen. Geil, ein Zombie. Okay, der ist klar für den Flügel da. Budawi brauchen wir auch gar nicht probieren. Marquez hat ja, hat er jetzt schon wo unterschrieben. Nee. Schwierig. Wie gesagt, wir brauchen da eigentlich auch keinen Stress haben, weil wir ja doch diese glückliche Situation haben, dass wir ihn eh bis zum Sommer noch haben. Der ist auch so stark. Also wir haben Barty sowieso noch bis zum Sommer. Eventuell können wir den Deal dann trotzdem noch irgendwann mal über die Bühne bringen. Und theoretisch könnte man versuchen, dass man George Mayer jetzt wirklich aufbauen. Weil dann könnte man es uns vielleicht sparen. Dann können wir das intern nachbesetzen. Den jungen Mechthi Hafi haben wir auch noch. Aber das ist halt ein bisschen ein Schmechthi, nicht nur ein Mechthi. 1,74, 65 Kilo. Ja. Für eine Solospitze ein bisschen wenig. Na gut. Es war ein ereignisreicher Part. Ich wollte drei Innenverteidiger haben. Bekommen habe ich einen zentralen Mittelfeldspieler. Ja. Könnte man als Fail bezeichnen, aber eigentlich bin ich zufrieden. Markus Damanitsch so günstig zu bekommen und das auch noch gegen Leverkusen. Schon eine schöne Geschichte. Eigentlich nicht schlecht. Gut. Nächster Part. Pokalpartie gegen Dijon. Und da werden wir auch unseren Senf abgeben. Und dann haben wir Caen auf Platz 11. Amiens auf der 13. Das heißt, es wären dann jetzt wieder so Partien, wo wir jetzt einfach richtig durchmarschieren müssen und diese Pflichtziege quasi einfahren, gerade um diese tollen Leistungen aus den letzten Partien zu bestätigen. Vielen, vielen Dank für das Einschalten. War mir wieder mal eine Freude. Ich wünsche euch was und hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis bald. Danke. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.